wie kann ich nur das so verscheißen ganz ehrlich müssen wir jetzt doch wieder okay zum glück hatte ich doch erst recht und wir müssen wieder so und hier sitzt wahrscheinlich zu hause und denkt man scheiße der junge fehlend feuerin komplett ja jetzt gehen wir da aber das ist egal denn ich schlag da mal raus und jetzt kann ich da was reinschmeißen jetzt kommt alles raus und da schauen wir dann wie wir die kisten reinbasteln wollen wir das jetzt vielleicht doch auf dem protest machen so dass sie in dieser Höhe sind das würde eigentlich reichen ja ich glaube das nicht so kann man jetzt kisten eigentlich aufmachen wenn das drüber steht oder nicht ein wenig zu lange dauern bis wir das rausgefunden haben weil ich ja gerade mache aber ich muss kein bisschen das können wir mal abgelegen und checken wir mal den baum da weg um genug holz für kisten zu bekommen und hoffen dass es bald nicht mehr regeln den regen nervt gut gut so晚st holz holz zu kisten zu kisten kisten von kisten 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 der kisten 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 sind kisten vowels 3 kann man nicht aufmachen wenn wir das darum mitgeben muss auch machen okay alles klar wie das denn aus aussieht ja man sieht noch ein dörd dahinter das nervt das heißt ich brauche noch mal cobbles also da kommen gleich mal irgendwelche zum vorschein denken wir nicht so ich denke ja wissen wie das aussehen wird später mit den kisten das war zu weit obwohl das ist als sie dann sowieso noch irgendwie ändert wieder gefällt mir gar nicht in der position wo er reist aber ja aber nein aber ja aber weiter wieder koppels fühle mich langsam wie bei skyblock koppelsfarmen 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 nein so schlimm ist es glaube ich nicht beim reichen mir die 22 die ich jetzt hab so leute sorry meine freundin war kurz erinnern obwohl ich ihr gesagt habe dass ich aufnehme ja so was passiert und ja ich bin mit freundin okay 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 jetzt bin ich wieder raus aus dem ganzen was von ich kann machen sagt sie mir ja ich hab die Koppel zu holen ja 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 und diesen Leitpark wollte ich betrachten wieder ich bin das nervt ja ja und wenn ich das jetzt ja gott sei dank ich dachte man schon wir wieder nichts drüber aber zum glück ist da was drüber so und koppels rein kacke so der keller wäre mal fertig beinahe da kommen noch tausende kisten rein aber jetzt können wir mal umsortieren und zwar sachen wie müll den wir jetzt gerade netter herum brauchen kriegst hört zum beispiel ist gut oder senster oder krebel oder monster alles eigentlich so dann machen wir gleich mal wird 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 eins damit weil da machen wir gleich mal nichts so wir werden das so noch alles irgendwie sortieren weil es irgendwie logischer geht als einfach regnet also vielleicht machen wir unten zu den blicks thmblicks werden aber nie so viel haben irgendwie noch anderes das ist gut, das gefällt mir auch noch, den Dirt können wir ruhig lassen, der wird viel werden, der wird immer viel, obwohl wir Cobblestones erstmal dazulegen könnten, wir machen Cobblestones mit Dirt, glaube ich, oder? Obwohl die Cobblestones noch braucht, und da nehmen wir noch das Grünzeugs rein, obwohl das, naja, naja, das wäre eine Mischmaschkiste jetzt schon, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Weißt du was, wir machen da noch Holz rein, das ist okay, das holst du mir mit, jetzt muss es jetzt, nicht irgendwo die Buche, abzudringen, satire, obwohl, das weiß ich was ich meine, das ist ja bürger oder bürger, okay, dann mal normales Holz würde sagen, ganz oben, dann unter so einst, dunkles Holz, dann kann man da die Stairs rein, und, die Scheiße egal ich meine auch gleich rein hier mal holz für Kisten für Kisten es ist kann stattfinden stört mich jetzt nicht weiter media wahl habe ich nur knochen neun knochen ja da kann man gleich einen mitnehmen zumindest einen wo ist er da wenn es so dunkel ist obwohl ich breitens auf breit ja ja bleibt bleibt okay das lieber gar nichts breitness extrem rauf video settings brightness breit dann und dann beckten was trotzdem gar nichts das ist einfach wegen dem Regen ich kann nichts machen leid es tut mir leid Moody Bright Moody Bright das ändert gar nichts das ändert fast gar nicht ja oh ja so ein Schuss oh mein Gott 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 irgendwas hat es dann im Regen aber beim Norden zu regnen ist bis zum 2 Prozent das ist mit dem Wunderschönen und gleich mal aus das wollte ich ja von außen nicht sehen auf ins Haus, auf ins Haus, auf ins Haus das ist so ein richtiger Tag wo ich in real life einfach nur kommt rein ist der zweite wo ist der erste bist du raufgelaufen nasser Hunde im Haus immer gut na wo ist der zweite, komm schon bleib doch da, komm rein, komm runter, komm runter, komm runter, komm, komm ach du verdammter, setz dich hin und ich schieb dich runter ich schieb dich runter da bist du auch mal im trockenen wir haben holz geholt holz 14 ergibt 56 ich weiß nicht mal wie viel wir da rausbekommen ich klicke bringt mit Absicht zu laut, damit ihr meine Maus hört das dürft ihr akzeptieren oder auch nicht, ist mir komplett egal, habt ihr nur keine Wahl, was zu akzeptieren würde so damit haben wir jetzt hier mehr Platz was mir eingefallen ist, zu Sand und Sandstone kann ich auch noch Glas geben unglaublich mal was da kommt mal Grünzeugs und Monsterzeugs rein du bist kein Grünzeugs du bist ein anderer Scheiß das heißt den Scheiß tun wir auch, nein den Scheiß auch und den Scheiß auch und den Scheiß auch so, da tun wir die ganzen Erze und das heißt nett Erze, Eisen und Kohle und so wo wir aber nichts mehr haben wo wir aber nichts mehr haben nein, Scheiße wir tun irgendwie irgendwas anderes tun wir tun so wir machen mal da genauso eins, zwei fackel, eins, zwei wunderbar so als ob wir es wollten und dann gehts weiter der weg das muss ich dann wieder vor oben so machen das muss nicht ach so dämlich 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 da brauchen wir es doch gar nicht übergeben und das Licht ist wieder da alles nur weil es zu regnen aufgehört hat das muss ich mal googeln jetzt weiß ich wenigstens dass das beim Regen ist Videosettings Brighten oder Brighten ist ein bisschen zurück äh nicht so weit nehmen wir 30 gut jo schaut doch ganz heimlich aus heimlich 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 so da kommen jetzt Cobbles und Moss Stone und Gravel rein ja gut ja wuff 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 nehmen wir alles mit wuff 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 zwei Chests zack zack da kommt rein kohle iron gold äh jo monsterzeug haben wir da drin Seed haben wir da drin Säplen haben wir da drin Leder haben wir da drin Disken wir da drin Holzsachen hatten wir hier drinnen Fans Gate und Fans und Dirt hatten wir hier drin Dirt hatten wir hier drin Dirt hatten wir hier drin das behalten wir sich Dirmann Dirmann kommen da rein Kompass kommt da rein Ööööö Cobbles hatten wir da kommt das da rein so und dann haben wir alles logisch geordnet und sortiert wir haben wir können uns freuen so freut euch Leute ich hab's euch gerade erlaubt so 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 ihr wisst was ich meine oder könnte ich jetzt mal was machen und irgendwas machen und dann irgendwas tun und irgendwas tun und bla 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 dann ist alles scheiße 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 einfach scheiße so dann scheißen wir nicht dunkel so 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 mit so das ist ja sehr gut da ist wie ihm jede Menge unter dem erden unter dem erden unter dem erden unter dem Wasser mein ich natürlich so Ok, zu tief meine ich. Und da bekomme ich nicht viel Scheiße. Hier müssen wir wohl schwimmen. Ich sehe genau Null. Ich kann es nur ahnen. Wo der Lehm ist, tut mir leid. Es liegen noch weniger wahrscheinlich. Aber ich kann euch nur sagen, wir verreckten gerade fast, weil ich so dämlich war und zu lange abgebaut habe, dass wir keine Luft mehr hatten. Nun. Asyl McCann wird mir ein Rücken erledigt. Man muss immer sagen, kannst du, das ist wichtig für ihn. Aber ich bin völlig sicher. Kon despiath wunderbar und hat sich gerne 크게 stecken. Wir wollen für mich das로 Part Slide Live. verlieben die roberfläche sind noch besser das kann man direkt schnell haben also guten der map haben wir wenigstens mal an der hat in dieser welt wenigstens mal kein leben problem ist vorerst und ich habe gerade den freundlichen trinkler gehört was bedeutet meine essen ist hier wir essen gestellt weil ich zu frauen zu selbst zu machen so dementsprechend schmeiße ich noch was rein da die herunterholen meine kohle teilen die wieder ein bisschen auf die üben auf mit ein bisschen meine ich jeweils sieben mehr kohle für die üben so 8 8 wir sind stecken mehr zeugs so eigentlich reicht wenn wir das 16 drin haben gut blub 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 Ende der aufnahme weil mein essen da ist leute ich glaube es war nur eine halbe stunde wir haben einiges geschafft ich bin stolz auf uns bis zum nächsten mal sonne geht auf beim nächsten mal haben wir tag